Hallo, hier ist Britta aus Berlin mit der Freitagsfrage und diese Woche geht es um ein Thema, was sich ja viele Paare beschäftigt. Mir hat tatsächlich jemand, mit dem ich auch arbeite, eine Frage gestellt zum Thema einerseits sein Wunsch nach einer offenen, freieren Partnerschaft und die klare Ansage seiner Partnerin, dass das nicht wirklich verhandelbar ist und da so zu gucken. Und er sagte dazu, ja, also wir haben einfach viel Konfrontation, wir haben viel Diskussion gehabt, aber nach drei Jahren ist halt für ihn klar, dass da sehr wenig Spielraum besteht und das nagt und zeigt sich immer wieder an Vorbehalten zum Zusammensein und irgendwie habe ich vor einem knappen Jahr aufgehört, darüber zu reden, mehr oder weniger über alles, was meine eigene Sexualität und mein Sehen und mein Vermissen betrifft. Und ja, das war der Moment, den ich tatsächlich als Resignation bezeichnen würde und im Prinzip seine Frage, wie kann er das verändern? Und wir haben dann gemeinsam ein bisschen drauf geguckt auf das Thema und einerseits ist es so, dass das ein Paar ist, was ein tatsächlich auch noch Kinder hat, auch noch junge Kinder. Und also einerseits gibt es diesen ganzen Aspekt von grundsätzlich vielleicht zu wenig Körperlichkeit, zu wenig Sexualität, zu wenig Intimität im Alltag und zu schauen, ja, was können die beiden als Paar machen, wirklich diesem Thema eine Priorität zu geben. Also einfach, da gibt es einen, der ein Bedürfnis hat und beim anderen ist das Bedürfnis anders und ich glaube, dass man in einer Liebesbeziehung sich nicht alles gegenseitig erfüllen muss, ja, aber dass man zumindestens, wenn man den anderen liebt, einfach möchte, dass es demjenigen gut geht und zu gucken, wie kann ich dich dabei unterstützen. Und ich glaube, ja, aus diesem Aspekt heraus einfach zu sehen, okay, du hast ein Bedürfnis nach mehr Sexualität insgesamt, was können wir gemeinsam tun? Und da wirklich regelmäßige Verabredungen zu treffen. So, also das in der Partnerschaft zu stärken und zu gucken, wer braucht was, damit es mehr stattfindet. Der zweite Aspekt ist aber tatsächlich, wie ist es, wenn einer das Bedürfnis hat, ich möchte nur mit dir gemeinsam zusammen meine Sexualität leben und der andere sagt, hey, ich liebe dich, ich bin gerne mit dir zusammen und ich habe aber einfach auch noch eine Neugier herauszufinden, was es da noch gibt. Ich habe eine Neugier einfach auch, meine Sexualität im, ja, zusammen im Kontext mit anderen Menschen zu erleben und zu erforschen. Und ich glaube, da ist es ganz viel das Thema, was passiert bei dem Partner, der das nicht möchte? Welche Ängste sind da? Welche Unsicherheiten sind da? Und ich glaube, dass von so einer theoretischen Perspektive intellektuell ist den meisten Menschen klar so, ja, der andere gehört mir nicht, seine Sexualität gehört mir nicht und idealerweise ist er hier bei mir freiwillig, weil er das möchte. Und was ist jetzt, wenn er was anderes möchte als das, was ich vielleicht will oder was oftmals ja auch in meiner Komfortzone liegt? Und da ging es ganz doll darum zu gucken, also was braucht in dem Fall die Partnerin? Aber das kann auch umgedreht sein. Ich erlebe auch Frauen, die mehr Öffnung der Partnerschaft wollen und der Partner hat Angst. Aber in dem Fall, was braucht sie, damit sie sich sicher fühlt, damit sie sich wohl fühlt und es ihm geben kann, ihm ermöglichen kann? Und da wirklich unkonventionell zu denken und das Fenster ganz weit aufzumachen. Und ich möchte da Beispiele aus meiner eigenen Geschichte nennen. Ich hatte mal einen Partner, der wollte ganz, ganz gerne einen Dreier haben und das ausprobieren. Und ich war totally freaked out, ja. Und einerseits ging es bei mir darum, mir das Thema anzugucken, wie ist überhaupt meine Beziehung zu anderen Frauen. Und wie sind auch, wo habe ich Unsicherheiten, wo habe ich vielleicht ein Minderwertigkeitsgefühl, wo habe ich Angst, nicht zu genügen. Und wir haben uns dann zu Farb redet mit Frauen und haben wirklich vorher festgelegt, so ich bin das schwächste Glied in der Kette. Ich bin am meisten herausgefordert mit der Situation. Das mussten Frauen sein, die fein damit sind, die wissen, das wird jetzt vielleicht nicht das Wild Crazy Sex Date, sondern das wird auch einfach so ein bisschen wie so ein Prozess, wo Britta herausgefordert ist. Und wir haben uns dann, also die müssen auch eine Bereitschaft haben, sich mit uns als Paar treffen zu wollen und auseinandersetzen zu wollen. Und wir haben zum Glück ein paar Frauen gefunden, die bereit dazu waren und haben uns da ausprobiert. Und es waren zum Teil sehr intensive, sehr emotionale, manchmal auch sehr sinnliche und manchmal auch einfach ganz entspannte Treffen. Und das hat aber einfach ganz viel damit zu tun gehabt, wie reagiert die Frau auf mich und wie reagiere ich auf die Frau, wie connected sind wir miteinander, wie sicher fühle ich mich, wie gut bin ich im Kontakt mit meinem Partner. Also das war eine Möglichkeit, das einfach umzusetzen, auszuprobieren. Und ich habe da ganz viel über mich, über meine Ängste und über meine Komfortzone gelernt und konnte die ausweiten. Ein anderes Thema war natürlich mit meinem aktuellen Partner zum Beispiel, wie ist das in Clubs zu gehen, wie ist das raus zu gehen, wie ist das auf Veranstaltungen. Ich meine, wir leben in Berlin, hier sind super viele Sex-Positive-Veranstaltungen. Und was brauche ich da, um mich wohlzufühlen, in diese Räume zu gehen? Und ich glaube, für viele Leute ist einfach das Thema, die Hauptangst ist dieses Verlassen zu werden, nicht mehr im Kontakt zu sein mit dem Partner, sich nicht ausreichend gesehen zu fühlen, sich vielleicht nicht wie die Nummer eins zu fühlen. Und dann wirklich zu schauen, wie kann man eine ganz gute, stabile, emotionale, energetische Präsenzbeziehung aufbauen. Und mit meinem jetzigen Partner waren wir in einem Swinger-Club und es war einfach für diesen Termin war klar, hey, wir gehen da zusammen hin, das ist für uns beide super aufregend. Und wir haben vorher vereinbart, dass wir bei diesem ersten Date einfach im Kontakt miteinander sind, dass wir jetzt nicht groß, dass wir uns da umgucken, dass es klar ist, dass wir erst mal miteinander sind. Und es war wirklich, wir waren beide aufgeregt und es war total witzig. Und ich konnte mich da rein entspannen und einfach auch zu sehen, ich glaube, oft ist es, dass wir versuchen, unseren Partner zu testen, so wie ernst meint er das, wie verlässlich ist er in den Vereinbarungen, die wir treffen. Und jetzt bezogen auf diesen Klienten würde es also darum gehen, wieder einfach zu gucken, was braucht die Partnerin, um sich wohl zu fühlen, um sich sicher zu fühlen und um vielleicht gemeinsame Schritte in die Richtung zu gehen. Und wenn sie da ein ganz hartes Nein hat, dann würde ich tatsächlich auch empfehlen, also es bringt einfach nichts in der Partnerschaft, sich auf Teufel komm raus für den anderen zu verbiegen. Und das hat er ja auch beschrieben im Prinzip, dass man dann indirekt anfängt, Vorbehalte zu haben, vielleicht den Kontakt zu vermeiden, also dass es oft in den unterbewussten Groll gibt, sich nicht ausleben und ausprobieren zu dürfen. Und ich glaube, diese Freiheit brauchen wir. Aber natürlich in der Beziehung zu gucken, wie passt das und wie kann man das umsetzen. Und das erst mal als Input zu dem Thema. Also wenn einer von euch beiden gerne mehr Öffnung in der Beziehung möchte, dann glaube ich, ist nicht die Lösung, dass der andere mauert und sagt, das geht nicht und nie für immer da. Oder das geht, aber wenn der andere das sagt, dann wirklich zu überlegen, seid ihr ein gutes sexuelles Match miteinander. Weil einfach, wenn einer von euch beiden sich verdrehen muss, dann wird es auf eure Beziehung negativ zurückfallen. Und wenn es eine Offenheit gibt, einfach zu schauen, wer braucht was und wie könnte es gehen. Und da auch ganz neu und anders vielleicht drauf zu gucken und zu denken. Ja, an dieser Stelle möchte ich auch nochmal erwähnen, es gibt ja einige Leute, die sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt haben. Ich werde euch nachher unten noch ein paar Empfehlungen reinpacken für Podcasts und für ein paar Bücher. Ja, und freue mich einfach auf eure nächste Freitagsfrage. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.